Damit am Melkstand der Milchfluss beginnt, wird das Euter von Hand angerüstet. So bezeichnet der Bauer das Reinigen, kurze Anmelken und Massieren des Euters. Die Paarspritzer Milch in den Probebecher dienen auch gleich einer ersten Kontrolle von Farbe und Aussehen. Früher wurden die Kühe in Mühe von der Arbeit mit der Hand gemolken. Das ist gar nicht so einfach und erfordert einige Übung und Geschick. Heute erledigt das eine Melkmaschine. Ihre vier Zitzenbecher werden an das gereinigte Euter angesetzt. Jede Kuh wird über eine Nummer vom Computer automatisch erfasst. Er vermerkt auch die jeweils ermolkene Milchmenge. Und die ist in acht bis zehn Minuten abgesaugt. Übrigens, die Kühe kommen gern zum Melkstand. Das Melken tut ihnen nicht weh. Dabei soll es ruhig zugehen. Werden die Kühe erschreckt, kann das den Milchfluss bremsen. All right, die Sektion ist auf. Ich glaube, ich kann das mit einem Handen machen. Ich kann das mit einem Sektion machen. Die Sektion machen. Und dann die Sektion auf den anderen. Und diese sind nur die Vakuum Lines. Die Melkstin geht nur von den Teeten in den Pail. And when one is done, you pinch it off so it can provide suction to the other side. Okay, so that's done. We're all finished. Just in two minutes. Don't be so contagious. Okay. Okay. Da 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 da. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.